Am Dienstag können wir mit rund zwei Stunden Sonnenschein rechnen. Wer diese milde Gabe auf keinen Fall verpassen will, sollte sich warm anziehen und die meiste Zeit des Tages einfach draußen verbringen. Am Dienstag zeigt der Himmel viele Wolken, aber auch immer wieder blitzt die Sonne hervor. Insgesamt kommen wir auf eine Sonnenscheindauer von zwei Stunden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 4 Grad und 2 Grad plus. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus 5 Grad. Auch in den kommenden Tagen zeigt sich der Himmel fast immer mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist bis Freitag relativ gering. Am Mittwoch und am Donnerstag liegen die Werte zwischen minus 5 und 2 Grad plus. Am Freitag wird es dann etwas milder mit Höchstwerten von plus 4 Grad.